Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video und heute geht es mal um die Jupiter- und Venus-Konjunktion, eine sehr, sehr schöne Konjunktion am Sternenhimmel, die man auch gestern Abend in Linz sehen konnte. Ich blende dir da mal ein Foto ein, also du siehst so rechts oben ist ein Handyfoto, bitte darum jetzt nichts Großartiges erwarten, aber du siehst hier Wahrzeichen von Linz, also du siehst die Pöstlingbergkirche und darüber, also wenn du nach rechts oben schaust, siehst du Jupiter und Venus am Abendhimmel und diese beiden Planeten haben eine Konjunktion im Zeichen Widder und das, ich zeige es dir hier noch einmal so im astrologischen Chart, also im Widder, du siehst hier Jupiter, Venus haben eine Konjunktion und was bedeutet das denn? Also Jupiter gilt ja gemeinhin als Vergrößerer, als gute Fügung, als unter Anführungszeichen Glücksplanet. Ich habe in meiner Jahresvorschau schon gesagt, dass Jupiter im Zeichen Widder, und der Widder steht ja für Energie, für Lebenskraft, für Power, für Ausdehnung, für Expansion, auch natürlich für den Krieg nicht positiv, nicht unbedingt positiv ist, sondern eher zu einem Aufblehen eines Konfliktes auch führen kann und dass da einfach viel Energie, also eine Masse an Energie zur Verfügung steht. Das ist natürlich auch eine gute Kraft, dass ich sage, du solltest mal in dich reingehen, du solltest in dir selber Pionier werden, in deiner Spiritualität vielleicht zu einem Pionier werden. Und jetzt kommt da die Venus dazu und Venus, Jupiter zusammen ist natürlich eine gute Konstellation mit Venus im Widder, also im Widder ist ja auch so dieses, der Mars, das Prinzip, also Venus in diesem Prinzip ist das eine aufgeladene, eine positive Zeit natürlich auch für Beziehungen, vielleicht für neue Beziehungen, jemanden Neuen kennenlernen. Oder auch natürlich in Kombination mit Jupiter sich selbst etwas Neues beginnen, etwas Positives im Körper beginnen. Also Venus kann ja auch der Körper sein, kann ja auch für den Körper stehen und Mars so als Impuls, als Impulsgeber der Widder, als neuer Funke, also neue positive Fügungen in deinem Körper in Bewegung bringen. Vielleicht eine Ernährungsumstellung, vielleicht verzichtest du mal auf ungesunde Sachen, reduzierst Kaffeekonsum oder was auch immer deine Themen sind. Auch vielleicht mit dem Rauchen mal, dass man sagt, okay, da versuche ich was in eine positive Richtung zu drehen. Da versuche ich neue Energie reinzubringen in mein System, damit sich das auch eben auch körperlich umsetzt oder manifestiert. Auf der inneren Ebene kann das natürlich auch heißen, Okay, du hast, du hast, du hast, du möchtest in deinem Beziehungsleben, in der Romantik etwas Neues erleben. Vielleicht neue Erlebnisse mit deiner Partnerin, mit deinem Partner machen oder auch jemanden Neuen kennenlernen. Oder du lässt dich auch gerne von einer gewissen Spiritualität, von einer Sinnsuche inspirieren und machst dich da auf den Weg. Wie schaut sowas im Alltag aus? Zum Beispiel ist das eine gute Zeit, einfach mal ein Buch anzufangen. Vielleicht ein Ratgeber, ein Lebensratgeber oder auch ein spirituelles Buch, das sich ein bisschen so mit Seelenbildern nähert. Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges, dass man immer nach innen schaut und dass man sagt, wie fühle ich mich denn wohl? Und eine Venus in einer Widerenergie fühlt sich natürlich auch wohl, wenn sie sich bewegen kann. Also auch neue Bewegung starten mit dem Körper, neue Projekte starten, vielleicht auch sportlich tätig werden. Auch das ist eine gute Zeit. Und wenn das schon so deutlich zu sehen ist am Sternenhimmel, so klar, diese zwei hellen Sterne, dann kannst du dich besonders davon inspirieren lassen. Denn wenn etwas so mit freiem Auge sichtbar ist, meines Erachtens nach ist es auch so ein bisschen ein Weckruf, für uns, für unsere Zeit, dass man sagt, ändere mal was, besinne dich auf dich. Also entweder körperlich oder vom Gefühl her wirklich zu neuen Ufern gehen oder etwas auch zusammenfügen. Vielleicht kannst du auch dein Wissen mit wirklich konkreten Taten zusammenfügen. Vielleicht gehst du irgendwelche neuen Projekte an. Das wäre auch etwas, wo man sagt, okay, vielleicht renovierst du auch etwas oder veränderst du etwas, misst es ein bisschen aus in deinem Wohnraum. Auch das wäre dann eine Möglichkeit, wie man diese Energie nutzen kann. Für mich ist einfach so dieses Bild, dieses doppelte Erscheinen quasi, diese zwei Lichter am Sternenhimmel, die man sogar jetzt eben in Linz, in einer Stadt wie Linz sieht, wenn man sich darauf einlässt, ist das für mich so ein Zug einfach konzentrier dich, richte dich auf Inspirierendes aus. Also das würden für mich so diese Lichter bedeuten. Also das ist so ein Ausrichten auf etwas, was inspiriert mich, was richtet mich auch seelisch auf. In dieser ganzen schnellen Zeit, in dieser ganzen chaotischen Zeit, wo keiner wirklich einen Weg nach vorne hat, ein Bild nach vorne hat, dann würde ich sagen, schau zum Sternenhimmel, schau da rauf und stell dir mal vor, du wirst da wirklich nach innen hin ausgerichtet, wie wenn dich etwas von innen her hochzieht, etwas inspiriert. Und ich würde das auch so deuten. Also Jupiter als Heilsverkünder, als jemand, der gute Fügung bringt, als ein Prinzip, das gut fügt, das positiv fügt ist, schau, wirf das Licht nach innen, lass dich von diesem Licht aufrichten, lass dich von diesem Licht orientieren, komm in deine Kraft und lass dich innerlich erheben. Und prüf doch einfach mal für dich, wo stehst du denn im Seelischen momentan? Hast du das Gefühl, dass du eher bedrückt bist, eher sorgenschwer bist, dass du vielleicht feststeckst in irgendwelchen alten, verkrusteten Themen oder irgendwo in den Nachrichten festhängst? Dann würde ich dich dazu einladen, bitte richte dich mal auf. Stell dir mal vor, dass du wirklich, du kannst das auch körperlich nachspüren, also wirklich so die Schultern zurück, Kopf einmal ein bisschen heben und spür doch mal rein, dass du sagst, ich erhebe mich innerlich, ich stehe innerlich über den Dingen, ich bekomme eine Übersicht über Dinge, ich fühle mich nicht mehr klein und als Opfer, sondern ich habe das Gefühl, voller Würde, voller Gnade, voller Schönheit zu sein und ich kann diese Würde, Gnade und Schönheit auch in die Welt hinaustragen, mit der Widerenergie in die Welt hinausbringen. Es ist so diese Pionierleistung und dazu lade ich dich ein. Vielleicht hast du ja Venus und Jupiter beobachtet am Sternenhimmel, ich bin gespannt drauf, schreib es mir gerne in die Kommentare rein und ja, ich freue mich natürlich von dir zu hören und zu lesen und wenn du Interesse hast an einer persönlichen astrologischen Beratung oder mal so astrologische, einen Leitfaden brauchst, kannst du das alles bei mir gerne bestellen. Details findest du in der Beschreibung zum Video oder auf meiner Homepage www.ereni.com Danke fürs Zuschauen, ich wünsche dir eine gute Zeit, eine inspirierende Zeit und auch eine Zeit, die dich weiterbringt. Alles Liebe aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020